Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt ärgert mich ein bisschen, gerade vorhin in der letzten Folge, dass ich so oft aufgegangen bin. Jetzt hat es mich so weit wieder hinter gerutscht. Bisschen blöd. Jetzt ein bisschen blöd, dass die jetzt alle hier vorne sind. Ich kann nicht nachlassen. Dann kommt er. Traut sich nicht. Okay, die Runde haben wir jetzt erstmal hier. Keine erwischt. 네 Lore kann ich versuchen. Ich bin ein Pilgrimisch. Ja, sowas. Okay, ein Schuss noch. Wo ist die Sau? Irgendwo da drüben? Das Sniper da oben, oder? Okay, das war's erstmal hier. Nur zwei Waffen. Waren da hinten nicht auch noch welche gelegen? Äh, zwei Waffen. Wollys habe ich jetzt. Wofür bezahle ich euch? Er nimmt alles auseinander! Nein, hier drüben! Hier ist er sicher nicht. Gibt's doch nicht, ey. Lauf! Hey, ich krieg jetzt langsam einen Anfall. Ehrlich, ich geh in Deckung und er geht nicht. Er geht weg von der Wand. Jetzt habe ich langsam die Schnauze voll. Das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Vor allem immer diese paar Schuss mit der Tommy. Jetzt bin ich wieder hier. Hey, die drüben! Und die drüben! Denn doch nicht. Die drüben! okay pump action auch das hier genau seine deckung weg ist wenn er kommt wie viel headshots braucht denn der noch war denn noch first aid irgendwo war doch noch first aid oder muss ich zurück das zu finden versucht zumindest ja er trifft natürlich klar ich nicht kann man nicht kommen da auch ich muss auf Toilette und Alter. 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 Ich werd' die nicht los. Okay. Sagen wir mal hier, ein bisschen weniger Fehlern gelassen. Aber... Visual Estates wärts trotzdem nicht schlecht. War hier nicht was? Auf der Seite war ich gar nicht, oder? Sie hinten. Wie hoch kommt man nicht? First Aid, please Ich darf nicht so weit vor, gell Die Jungs mal abklappern Ah, ich bin mit meiner Suche, gell Dickes Schiff Aber da ist ja auch noch ein Raum, da war ich ja auch noch nicht drin, oder? Ehrlich? Da ist Third Aid Gibt's doch nicht, ey Was war aber denn hier? Ich brauche auf alle Fälle ein bisschen Leben, sonst bin ich immer so schnell tot Hier geht's auch noch raus, ey Was? Ich hab doch die draußen noch gar nicht eingesammelt Hast du mich? Da ist das First Aid drin Ich will mich aber umsehen, verdammt nochmal Hey, ich hab keine Zeit zum Umsehen Die blöden Pissern hier überall Die ist so groß Doch, doch, doch Okay, die sind alle links vor mir Dann steh ich mich da drüben nochmal um Vielleicht traut sich ja wieder einer rüber Sind die hinter dem Bahnsteig? Oder? Oder? Schau vor Schüppt die gar nicht Was? Na trau dich Das gibt's doch nicht, ey Jetzt sehe ich dich Oh, ne? Siehst mich gar nicht So, hier schau ich mich jetzt nochmal um Hier hinten hat einer deine Zigaretten vergessen Nein, hat er nicht Wahrscheinlich bin ich an 10 vorbeigelaufen Okay, hier kann man sie jetzt auch nochmal klassisch umsehen, oder? Schon erwartet das hier irgendwo in so einer Ecke Okay Ich muss da rein Will aber noch nicht Ich will mich echt noch umsehen Ich hoffe, ich kann das jetzt in Ruhe Oh, schön, die alte Lok, oder? Geil Richtig toll gemacht LHR Da ist ein Muni irgendwo In dem Gebäude Aha, ich kann hier rein Na? Warum geht die nicht auf? Ich untersuche das Stellwerk Das ist doch scheiße Okay, da ist noch ne Tür Das muss da reingehen Gar in die grauen Arten Kann man da Ne, geht nicht Warum komme ich jetzt da nicht rein? Das ist ne Frechheit, ist das Weil da ist Muni drin Dann ist bestimmt auch noch irgendwas anderes drin Ich will hier noch was finden Hm Find ich blöd Das zeigt doch an, dass es aufgeht Okay Okay, da ist nichts mehr Oh Ich habe schon erwartet, dass ich noch irgendwas finde Noch abklappern hier Klapperling Klapper, klapper Da kommt man echt nicht rein Kann ich irgendwie nicht glauben Ah, Fankulo Ah, vielleicht mit dem Ding da Wafankulo Allora, ich muss hier rein in diese Hütte Wo geht's denn da hoch? Da rein Na, 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 na Ah ja, hier kann ich bedienen die Kran Oh Gott, das ist ja noch mechanisches Stellwerk Eieiei, wie war das nochmal? Ich bin der Fahrdienstleiter Mach dir das So, eine Weiche gestellt Ja Blödsinn Der würde nicht losrollen Außer das war eine Gleichsperre Dann schon Okay, jetzt wissen wir auch Warum wir nicht reingekommen sind Ja, mechanisch Aber das war Wenn es eine Gleichsperre war Dann was Was ist passiert? Mein Gott, verdammter Zug Was ist passiert? mit alt kann man deckung wechseln mein gottverdammter zug die sind schon nett molotov sagt er mir doch schön brav ja Mist du hast mich gefunden der schiste da ich hab keinen mehr ich sehe nicht wirklich komm hier nicht durch verdammte kacke warte mal ist da hinten irgendwas zu lesen ach hätte ich jetzt gewetter drauf jetzt kann ich mich wieder umschauen was hat denn der geladen was brennbares der läuft auch noch aus ach du meine güte first aid ist gleich hier ist das hier schon showdown oder was also wenn ich hier immer so rumeiere weil ich ich sehe denn oh ja der soll sich mal ein bisschen leerballern und ich suche ich sehe ihn halt nicht ich sehe ihn der junge festgenagelt hat er mal gucki gucki nicht oh wie das schwankt was ist das für ein Mist das ist doch alles hier brennbar und explodiert okay ach ich hätte doch noch mich umschauen sollen jetzt kann ich mich nicht mehr umschauen klick klick ach lach nicht ich habe noch ein Messer was habe ich dir gesagt niemand Tarago das soll Texaco sein so viel Glück hast du nicht Bastard ha 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 okay jetzt ist das Heftchen kaputt ist für dich nicht mehr wo uuuiuiuiuiuiui gottverdammter Glückspilz nein kein Glückspilz mehr ich mache die nächste Folge mit dem nächsten Kapitel, weil sonst ist das wieder Blödsinn, eh nur noch 6 Minuten, 2 halbe Stunde danke fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen bisschen schlecht gespielt, aber man sieht die Gegner nicht immer überall, man sieht es zwar auf der Minimap ihr seht selber bei Kopfschuss sterben die manchmal und manchmal auch nicht also Like da lassen Abo da lassen, Kommentare da lassen wenn ein Abo da ist, macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video Ciao, euer Hopfi